So, jetzt gleich ist es soweit. Der BVB präsentiert jetzt die neue Mannschaft der Saison 2015-16 und anschließend tritt man dann hier im Signal Iduna Park gegen das Team Gold an. Stadionsprecher Norbert Dickel präsentierte dann die Mannschaft vom Borussia Dortmund für die Saison 2015-2016 und es gab viel Applaus. Der einzigste Spieler, der nicht mit viel Applaus hier glücklich wurde, das war Günderwein. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.